Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge ProClub von den APK Gaming Pros wieder mit dabei natürlich der Pia und ich der Alex ja immer auch bei mir zu Hause hier am Schiff muss ich das nicht jedes Mal sagen doch das sage ich jetzt so lange bis wir es nicht mehr sind und äh ja Pia ist abgefuckt Ah ja ProClub scheiße, das sind immer wieder Spieler nicht, aber abwarten, jetzt regt der sich noch weiter auf, aber ich hab erst mal gerade einen Rockstar reingezogen ich bin am reinziehen sag mal von was von der Firma, das sind keine Rockstar Punched Energy plus Guava Tropical Guava Flavor 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 ja komm, 5 Euro passt schon genau bei 5 Euro oh man der jetzt kriegt ja keiner von Rockstar mit Jaja Junge und Schuss, dass die sich nicht um den Namen streiten es gibt ja Rockstar, also es geht ja ab 5 Entwickler und es gibt die Rockstar Energy Trink man das die sich nicht um den Namen feiten in der Make-Aule egal ich weiß drauf so regnen, oh f*** dich doch die Jungen jetzt darf ich mal wieder alles spielen, jetzt pissst es wieder man dann dreht Alex auf jetzt riech ich mich schon mal instant auf ja komm ja ich weiß nicht ja hab ich schon gut gemacht, gesehen ich hab's grad gemacht ich hab's grad gemacht ich hab's grad gemacht ich hab's grad gemacht ganz leicht verschwungen komm mal nix jetzt ja konzentriert mich nicht ich weiß nicht, oder? Jungen, was machen die, was spielen die für ein Fußballer? das ist wie so ein Connett abgefuckter Scheiß gegen das ist wie wir wissen ja auf auf Abwehr, wenn ich alles spiele genau auf Abwehr, so ein Klug ich kann nicht Klug spielen, ich bin ja warte, 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 warte warte, warte warte, warte nicht doch das meinst ja, ist doch komm oh schade 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 keine Chance mehr und scheiß Ball an der Arm und bewegen Silikum-Zeit-Verzüller Alter ich�� ach schade auch, ich bin schlimm, hier wir sind unkoordinierter auch schon gespielt bei mir ist immer alles unkoordiniert so, komm jetzt, gib mal hier ne gute Flanke jetzt auf eben CPO-Typ und dann ist er drin scheiße Alter natürlich, aber der soll ja verkacken hab ich noch nicht gemeldet, ich wusste gar nicht, ob das Proto war oder so eine normale Torwart Rito ja, der geht mal auf den Sack aber nice, 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 nice Junge, ich sollte mal vor auf die Meme abgucken, bevor ich so einen Scheiß mache ja, Pierre beerdigt sich gerade ja, ich kann es jetzt einfach nur ein paar Stunden vor uns nehmen und auslösen, ich kann es nicht hier ist der einzige ganz lieblich Ja komm, tsch! Was dir reagiert? Ja komm. Alter, 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 alter. Irgendwann warum denn zurück? Ich hab zur Seite gedrückt. Seuss das erste Mal. Oh Gott! Ah, komm, komm komm, komm. Wenn du das Ding hörst, dann komm komm. Ich hab ja nicht immer das zu machen, aber meistens schon nicht. Ich hab ja nicht immer das zu machen, aber meistens schon nicht. Call of Seasons ja, aber nicht bei ProClub. Ich bin die Methode, ey. Ja geil. Ich hab ja gar nicht reagiert. Ich schrieb so viele Ekte. Ich steh hier rum, Mama. Da hat er mir vorne schliegen. Nix. Bei einem ProTor. Naja, ich weiß. Hat keinen Sinn gehabt. Aber FIFA hat dann rein keinen Sinn. Mach doch jetzt so weit und auf meinem Pro, wo er hingehört, Mann. Du Judensohn. Ich mach einen angetretenen Ball und behält den locker. Ja, komm jetzt, Pia. Gute Flanke. Ja? Nein. Okay, jetzt geht aber nicht mehr raus, ist klar. Klar, der fällt sich nicht ab, ey. Und dann direkt zum Torwart straight. Ja komm, lauf doch nicht dahin, du weißt doch, dass der da reiht. So ne Scheiße noch. Schön. Ach Gott. Na gut. Ja komm jetzt. Läuft. Ein Stückchen. Läuft. Holzbretter. So. Ja, Alex. Mit Stirn macht nix. Ja, außer ich mach, wenn der, wenn der drum wechselt. Oh Gott, ey Leute. Macht einfach zurück. So. Immer schön Smoothie bleiben, Pia. Nicht so hart ausreden. Das kommt eh nix. So, komm jetzt. Komm jetzt. Ja. Komm, vergiss dich. So. Ich hab bald. Oha. Passt. Peter. Junge, wach doch nicht so weit. Oh, sorry. Du siehst so, dass ich gerade geschubst wurde. Ja. Passt doch einfach mal in den Judenkorb. Der kommt hier. So. Hoch. 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 Das ist Sitting keep. Die Hände zu schenken kurzen spielen Ich will den weg, wegen dem Fall. Hallo, Pro bitte! Schien in die Mitte, er schießt nach außen. Ja, geh doch mal, nehmen wir doch mal den aus bei dem! Wann ey! Lauf! Na komm, gib mal mein Pro jetzt endlich! Sohn! Wie er ihn auch zwei Stunden lang nicht gegeben hat, diesen Scheißtypen! Also hast du gemeint, er hat mir einfach den erstmal ne ganze Zeit lang nicht gegeben! Das ist in FIFA! Ja, hoff doch! Vielleicht! Noch bei Lockhart? Null! Ja! Kann ich doch mal ein Blästchen! Ein Blästchen fand ich doch eher geil! Du kannst gleich ein Tor abschießen, bei ein paar solchen Blätter und irgendwas in den CPU annimmt da! Du kannst doch gleich ein Tor machen! Ach ja, das ist so scheiße! Das sind ja einfach scheiße! Ja, kann auch sein! Guck dir doch mal das Tor an, Mann! Das ist einfach nur ne Produktion aus Bugs, ey! Ja! 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 Ja, da"! Ja! Ja! Und die terminologyμ die Hälfte und mit dem Schaden es schweißen sich sie müssen uns auf die Tolle inkompetent wir kommen jetzt genau weiße ist klar so kreis man sich in den Boden das Hausnuss ein Schritt wieder ich kann verstehen durch den Mann man muss ich ja ich kann nicht so viel wenn der Bio kein Aufwurscht machen nie vorne ist ja komm du willst mich verarschen oder was der gibt einfach mal High Kick und das trissert kann ja ne wir müssen ja auch nicht hingehen ihr darfst halt weil ich sieh mal im Strafkopf fick deine Hure Mutter ein das reicht mir gar hier gib mir mal einen Pro jetzt endlich man nicht diesem Hurensohn was ist schon wieder los man mir scheißegal mach jetzt hin man guck mal hin mach nur mal zu meinem Pro da laufst du da laufst du komm mal so komm mal an du Nuttensohn ey komm jetzt ja wenn der auch von mir keiht wie so ne polnische Nutte ey von meinem Schwanz das ja komm gib mir doch jetzt endlich meine wie lange der immer rummacht bis ich mit meinem Fick Pro Gipfein ding ich hab gedacht der geht bei uns aus ey klar ach Gott fieb euch doch all den Arsch ey ja bock mal auf Pro Club das ist Pro Club das erklärt schon macht aber auch kein Spaß zu spielen wenn es kein Spaß macht ja ist ja so sehr kürz das ist noch nicht das ist es zu machen das ist das Wort sagt das Wort jetzt sind es ja immer auf der Sitzel drauf weg in Schatzmiller natürlich natürlich Sprit drüben mein Pro ist auch 75 5 8 er kommt schießt das ist auf die Fresse er ist so klappt wenn ich so einfach stehen und schießt als Falsch Schuhe wenn ich nicht mal und auch noch ein paar gelaufen ist wie so ein Stück Scheiße wie ein Stück sein was am Mond fällt Alter. Nix abseits. Machen wir es abseits. Alter. Nee, geht keiner hin. Nee, warum auch? Da auch nicht. Da auch nicht. Die Toppen vorbei. Auch nicht. Das findet ihr da auch. Nein, nicht. Da passt doch direkt. Weißt du nicht. Da fangen wir mit. Da fangen wir mit raus. Ja, man meint, wir müssen zuerst auf drei Flanken und irgendwas machen wir bei einem Pro, der als 1 64. Da geht doch kein Kaufbeig. Na boah, dann pass mal auf die Außen an. Ich bin in die... Love, bitch. Das ist mir scheiße. Ich will jetzt, dass er trifft. Glauben wir, was macht für sein Geldscheiß. Stürme, ey. Wolle die Stürmer prüten. Ach, Gott. Ja, halt doch einfach deine... Was ist das? Ich bin raus. Ach, Mann. Und... Tschüss. Ja, Leute, das war's von der Folge. Tschau. Tschüss.